A2.5. Ein Kreis K3 hat den vierfachen Durchmesser eines Kreises K2. Hat K3 dann den 16-fachen Flächenhalt von K2? Begründen Sie Ihre Antwort. Begründe heißt in dem Fall, man kann es mithilfe einer Rechnung eines Terms oder auch von ein paar Sätzen zeigen, mithilfe von Zeichnungen vielleicht noch. Ich denke, am einfachsten bietet sich hier Terme an, dass man einfach das, was hier steht, mal mathematisch übersetzt. Also ein Kreis K3 hat den vierfachen Durchmesser eines Kreises K2. Das heißt, Durchmesser vom Kreis 3 ist gleich 4 mal Durchmesser von Kreis 2. So, im zweiten Satz, beziehungsweise in der Frage ist vom Flächenhalt die Rede. Schauen wir uns mal nochmal die Formel vom Flächenhalt eines Kreises an. Die finden wir auf jeden Fall in der Formelsammlung. Flächenhalt steht hier. Flächenhalt ist gleich Radius Quadrat mal Pi. Also wäre es gut, vom Durchmesser eine Aussage über den Radius zu stellen. Denn der Durchmesser ist einfach nur das Doppelte vom Radius, deswegen gilt genauso. Radius von Kreis 3 ist 4 mal Radius vom Kreis 2. So, stellen wir doch einfach mal den Flächenhalt vom Kreis 3 auf. Ganz allgemein. Also Flächenhalt vom Kreis 3 ist Radius 3 zum Quadrat mal Pi. Jetzt haben wir hier gerade in der Zeile drüber kennengelernt, Radius 3 ist ja nichts anderes als 4 mal Radius 2. Also können wir das hier einfach mal einsetzen. Ja, das Radius 3 ersetze ich, Radius von Kreis 3 ersetze ich jetzt durch das 4 mal Radius von Kreis 2. Und das natürlich hoch 2. Ja, dieses R3 würde jetzt ersetzt. So, hintendran nochmal das mal Pi nicht vergessen. Jetzt die Klammer auflösen. 4 hoch 2 sind 16 mal Radius 2 zum Quadrat mal Pi. So, und an der Stelle sehen wir jetzt vielleicht schon, der hintere Teil ist nichts anderes als der Flächenhalt von Kreis 2. Also folgt daraus, Flächenhalt von Kreis 3 ist gleich 16 mal Flächenhalt von Kreis 2. Und damit haben wir die Aussage schon belegt, wenn der Radius 4 mal so groß ist, versechzehnt sich fach der Flächenhalt. Also als Antwort noch ganz knapp stimmt.